Seit Freitag, den 19. Oktober, stehen die ersten Finalisten der großen Chance fest. In der ersten Live-Show ergatterten die Sänger Klaus Durstewitz, das tanzende Geschwisterpaar Petra und Christian, sowie die Pop-Band Empty Flags ein Ticket fürs Finale. Während die Interviews geführt wurden, kam es zu einer lautstarken Auseinandersetzung. Sido schlägt auf Chilimacher Dominik Heinzel ein, nachdem Sido Dominik Heinzel gegenüber bereits verbal ausfällig wurde. Als Konsequenz kündigt der ORF am Folgetag die Zusammenarbeit mit Sido. Untertitelung des ZDF für funk, 2017